Guten Tag, mein Name ist Tania. Ich bin die Inhaberin von Jean LB Immobilien und wir stehen hier in einer Immobilie in bester Wohnlage im Taunus. Für die Präsentation der Immobilie bedarf es sehr viel Vorarbeit, denn am Ende wollen wir zufriedene Käufer und Verkäufer zusammenbringen. Nach Werteinschätzung und Marktanalyse besprechen wir die Vorgehensweise mit dem Eigentümer und gehen dann vor Ort mit der Homestagerin Maren Kuhmann das Vermarktungskonzept durch. Ich bin Maren Kuhmann, Homestaging-Expertin aus Frankfurt und ich unterstütze das Team von Jean LB Immobilien mit meiner Einrichtung Styling und Fotografie. Nach unserem Vorgespräch plane ich die notwendigen Renovierungsarbeiten, erstelle ein Einrichtungs- und Farbkonzept und wähle die Möbel und Accessoires aus. Zu unserem Service gehört übrigens auch die Empfehlung und Koordination von Gartenarbeiten, von Reinigung und Malerarbeiten. Die Verwandlung der Immobilie beginnt mit einem neuen Anstrich, der Installation schöner Leuchten im ganzen Haus und natürlich mit dem Einzug meiner Möbel und Dekorationen. Und ja, vom Teppich über das Sofa zur Beleuchtung hin zur Tisch- und Wanddekorationen ist wirklich alles dabei, damit am Ende tolle Fotos entstehen können und wir das Haus von seiner besten Seite wertschätzend präsentieren. Der Vorher- und Nachher-Effekt ist jedes Mal für mich wie ein Geschenk, was man auspackt und es ist eine Freude zu sehen, wie die Immobilie wiederbelebt wurde und man sich hier vorstellen kann, auch zu leben. Bevor wir die Immobilie besichtigen, beraten wir den Kunden zunächst, ob die Immobilie geeignet ist. Danach gehen wir nach den persönlichen Bedürfnissen des Kunden durch das Haus. Mit unserer professionellen Herangehensweise und Erfahrung aus 300 Immobilienverkäufen sind wir für Verkäufer und Käufer ein Gewinn. Bei Kaufinteresse bieten wir natürlich Unterstützung durch Architekten und Finanzierungsberater an. Der Verkauf einer Immobilie ist ein zeitaufwendiger und anspruchsvoller Prozess. Wir verstehen uns bei Verhandlungen als Vermittler zwischen Käufer und Verkäufer. Schöne Blumen, Musik und Getränke gehören zu unserem Premium-Service. Nach intensiver Besichtigung sitzen wir oft gemeinsam noch zusammen und besprechen, ob das Haus gefallen hat. Wenn auch Sie uns kennenlernen möchten, sprechen Sie mich gerne an. Nach intensiver Besichtigung Untertitelung des ZDF, 2020